In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einer einfachen Batch-Datei ein Menü mit Pfeiltastensteuerung erstellst. Als Beispiel verwende ich typische Windows-Wartungsaufgaben wie SFC, DISM und Checkdisk. Natürlich kannst du diese Befehle später ganz leicht durch eigene Funktionen oder Tools ersetzen. Wir beginnen ganz oben im Skript. Der Kommentarblock enthält Informationen zu dem Skript und zu meinem Kanal. Es ist also nichts, was für die Funktion des Skriptes notwendig wäre. Danach folgen die Grundeinstellungen. Echo Off sorgt dafür, dass die Befehle selbst nicht angezeigt werden. CHCP 65001 aktiviert UTF-8, damit Umlaute und Pfeile richtig dargestellt werden. Und mit Set Local Enable Delayed Expansion werden Variablen live in Schleifen aktualisiert. Als nächstes definieren wir die Menüeinträge und ihre Beschreibungstexte. Das geschieht in zwei Arrays. Options und Info Options enthält den sichtbaren Menütext. Info beschreibt, was der jeweilige Punkt macht. So bleibt das Menü übersichtlich und gleichzeitig weiß der Nutzer immer genau, was passiert, wenn er einen Punkt auswählt. Der Menüblock beginnt mit dem Label Menü, damit alles bei jeder Bewegung sauber neu aufgebaut wird. Danach wird der Titel und eine kleine Anleitung ausgegeben. In einer Schleife werden alle Menüeinträge durchlaufen. Der aktuell markierte Punkt wird farbig hervorgehoben. Dafür ruft das Skript die kleine Funktion Highlight auf, die den Text weiß hinterlegt und schwarz einfärbt. Außerhalb des Menüs wird der passende Info-Text angezeigt. Sobald man mit den Pfeiltasten navigiert, aktualisiert sich die Zeile automatisch. Das ist praktisch, wenn man das Menü später um eigene Tools oder Wartungsfunktionen erweitert. Da Batch keine Pfeiltasten erkennen kann, wird hier kurz PowerShell verwendet. Mit einem Einzeiler liest das Skript die gedrückte Taste ein. Hoch, runter oder Enter und schreibt sie in die Variable Key. Dadurch lässt sich das Menü komplett mit der Tastatur steuern, ganz ohne zusätzliche Programme. Anschließend wertet das Skript die Tasteneingabe aus. Wird die Pfeil-nach-oben-Taste gedrückt, verringert sich der Index. Bei Pfeil-nach-unten wird er erhöht. Ein kleiner Vergleich stellt sicher, dass der Index nie über das Menü-Ende hinausgeht. So bleibt die Markierung immer sichtbar. Wenn Enter gedrückt wird, ruft das Skript die Funktion Action auf. Diese enthält alle Befehle, die ausgeführt werden sollen. Also zum Beispiel SFC ScanNow, CheckDisk oder Dism. Jeder Menüpunkt ist dort als If-Block hinterlegt. Bei Beenden wird die Variable Exit-Menü auf 1 gesetzt. Und das Skript springt zum Ende. Die Funktion Highlight sorgt für den weißen Balken mit schwarzer Schrift. Hier werden ANSI-Farbcodes verwendet, also Escape-Sequenzen, die moderne Windows-Versionen unterstützen. 47M steht für weißen Hintergrund, 30M für schwarze Schrift. Ganz am Ende steht der freundliche Abspann. Jetzt zeige ich dir noch, wie du das Menü ganz einfach erweitern kannst. Dafür brauchst du nur zwei neue Zeilen im Abschnitt, in dem die Menü-Einträge stehen. Füge einfach eine neue Option mit Options 4 und den passenden Beschreibungstext mit Info 4 hinzu. Zum Beispiel, um den Editor zu starten oder den Papierkorb zu leeren. Wichtig ist nur, dass du anschließend auch die Variable Count um 1 erhöhst, damit der neue Menüpunkt mit angezeigt wird. Und natürlich kannst du im Bereich Action dann festlegen, was bei dieser Auswahl passieren soll. Noch ein kleiner Tipp. Einige Programme und Tools benötigen Administrator-Rechte. Damit ihr das Menü nicht jedes Mal mit einem Rechtsklick starten müsst, könnt ihr einfach eine Verknüpfung davon anlegen. Öffnet dann die Eigenschaften, klickt auf Erweitert und setzt das Häkchen bei Als Administrator ausführen. Ab jetzt fordert ein Doppelklick automatisch die erforderlichen Rechte an. Die fertige und leicht erweiterte Version dieses Skripts könnt ihr euch auch direkt von meinem Server herunterladen. Diese Version prüft beim Start automatisch, ob sie mit Administrator-Rechten ausgeführt wird. Außerdem habe ich den DISM-Befehl angepasst, sodass er direkt eine Reparatur durchführt, nicht nur den Scan. Und das Menü hat noch einen zusätzlichen Menüpunkt bekommen. Darüber könnt ihr den Winget-Paketmanager starten und installierte Programme automatisch aktualisieren lassen. Das ist passend für ein solches Wartungsmenü. Mit diesem Menü kannst du dir eigene Wartungsfunktionen zusammenstellen, zum Beispiel Tools starten, Logs auslesen oder Systembefehle automatisieren. Und das Ganze läuft direkt in der Eingabeaufforderung, ohne zusätzliche Programme. Wenn du das Skript herunterladen möchtest, findest du den Link wie immer unter dem Video. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017